Herr Wimmer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ja, guten Tag Herr Scharuckny, guten Tag nach Teheran. Ja, vielen Dank Herr Wimmer. Der russische Präsident Wladimir Putin hat gestern ein Interview in Deutschland gegeben, das viel Echo ausgelöst hat. Sie haben auch sicherlich das Interview mitgehört. Deshalb möchte ich Sie darum bitten, uns zu sagen, was die Eckpunkte seines Interviews waren. Der russische Präsident hat von dieser Möglichkeit, in einem bedeutenden deutschen Fernsehkanal ein Interview zu geben, guten Gebrauch gemacht. Und er hat die russische Position ausgezeichnet, erläutert. Man kann ihm nur dazu gratulieren, dass er das so gemacht hat, wie er es getan hat. Und er hat in sehr guten und klaren Worten zunächst einmal erläutert, welchen Eindruck man von Moskau aus haben muss, wenn man sich die Welt ansieht. Vor allen Dingen die Welt nach dem Ende des sogenannten Kalten Krieges und wie die Vereinigten Staaten jede Form der freundschaftlichen Zusammenarbeit mit der russischen Föderation ausgeschlagen haben. Auch in der Frage zum Beispiel des Einsatzes von Militärkräften in der Nähe der jeweils anderen Grenze. Er ist dann in deutlicher Weise auf die weltweiten amerikanischen Truppenstationierungen in knapp 150 Ländern eingegangen und hat deutlich gemacht, dass die russische Föderation etwas Vergleichbares weder getan hat noch beabsichtigt. Und dass auch die russische Föderation nicht die Form von Kriegen geführt hat unter Missachtung der Karte der Vereinten Nationen, wie man das für die Vereinigten Staaten nun leider feststellen muss. Also neben dieser weltpolitischen Betrachtung hat er dann ein Schwergewicht gelegt auf die Sicht, die man aus Moskau in Richtung Ukraine haben muss. Und hat vielleicht zwei Dinge besonders angesprochen. Auf der einen Seite ein Interesse an einer prosperierenden Ukraine von Moskauer Sicht aus. Und auf der anderen Seite eine Auseinandersetzung mit den derzeitigen Machthabern in Kiew darüber, dass man Teile des eigenen Volkes nicht so behandeln darf, wie das seitens des Präsidenten Poroschenko und vor allen Dingen des Ministerpräsidenten Yasin Juk in Richtung Ostukraine festgestellt werden muss. Also insoweit eine sehr klare und auch verbindliche Sprache und natürlich auch drittens eine Aussage darüber, wie man sich trotz dieser von Russland nicht zu verantwortenden schwierigen Situation darum bemüht, die Verbindungen zu Europa und auch zu den Vereinigten Staaten von anderen Dingen bestimmt zu sehen, als nur von einer Konflikthaltung und insoweit war das vielleicht das wichtigste Interview überhaupt im deutschen Fernsehen in diesem Jahr 2014. Herr Wimmer, Russland wird aber immer wieder vorgeworfen, die Krise in der Ukraine angestachelt zu haben. Er hat sich sicherlich auch zu dem Punkt geäußert. Was sagt Putin dazu? Ja, er hat sich natürlich, soweit man das in einem solchen Interview machen kann, er hat sich umfassend zur Situation in der Ukraine geäußert und hat die Verantwortung für die Entwicklung vor allen Dingen in der Ostukraine auch eindeutig und sehr gut begründet bei der Regierung in Kiew festgemacht. Das, was er gesagt hat, entspricht auch meiner Beobachtung, die ich in den letzten Monaten auch immer wieder öffentlich gemacht habe. Und eins darf man natürlich nicht vergessen. Wenn man in diesem Teil der Welt, und die Geschichte des Zweiten Weltkrieges liegt ja gerade mal sieben Jahrzehnte zurück, Wenn man in diesem Teil der Welt mit Nazi-Symbolen und mit Nazi-Kräften und mit faschistischen Bataillonen versucht, in die Nähe der russischen Grenze zu kommen, dann öffnet man natürlich die Bilder, die an die Vergangenheit erinnern. Und dann muss man auch eine Menge Verständnis dafür haben, dass man eine solche Situation, wie sie in der Ukraine von ukrainischen und möglicherweise auch westlichen Kräften herbeigeführt worden ist, dass man das nicht akzeptiert. Und ich glaube, dass man in Deutschland dafür in der Bevölkerung eine Menge Verständnis bekommt, dass man es mit diesen Leuten nicht mehr zu tun haben will. Herr Wimmer, wie begründet Putin die Annexierung, Anschluss oder weitere, wie man das nehmen will, der Krim-Insel? Wenn die Regierung in Kiew nicht durch einen Putsch gestürzt worden wäre und sich eine Putsch-Regierung in Kiew gebildet hätte, mit dem Anspruch, aggressiv gegen Landesteile vorzugehen, in denen die Menschen Russen sind oder sich der russischen Sprache bedienen, hätten wir diese Entwicklung auf der Krim oder in der Ostukraine überhaupt nicht bekommen. Also niemand kann auf die Idee kommen, die russische Föderation oder Moskau oder den russischen Präsidenten für die Entwicklung verantwortlich zu machen, wie sie ihren Ausgangspunkt nun einmal in Kiew genommen hat. Sollte denn auf der Krim, wo Russen leben, die Brandfackel, die von Kiew aus dahingeschleudert worden ist, zu einem Krieg führen? Das muss man sich natürlich fragen. Und vor diesem Hintergrund hat es da Entwicklungen gegeben, die es unter normalen Umständen in der Ukraine nie gegeben hätte. Aber die Verantwortung dafür liegt eindeutig bei denen, die als Ukrainer oder vom Westen gestürzt oder von Herrn Soros auf die Palme gebracht, die diese Entwicklung zu verantworten hatten. Und insoweit sollte man die Verantwortung bei denen suchen und bei denen sehen, die sie auch in der Tat in Hennen gehalten haben. Herr Wimmer, aber spätestens seit den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Ukraine ist wenig von Putsch zu hören. Ist die Sache damit nicht so jetzt eine Art Rechtfertigung? Das muss man aus meiner Sicht deshalb bezweifeln, weil nachdem dieser Prozess, den Sie beschrieben haben, eingetreten ist, die Kiewer Regierung mit dem aggressiven Vorgehen gegenüber den Menschen in der Ostukraine nicht aufgehört hat. Wenn man weite Teile des eigenen Landes wie Feinde behandelt und nicht wie das eigene Volk, dann muss man sich nicht wundern, dass es in diesem Teil des Landes Prozesse gibt, die auch bei Licht betrachtet nicht hätten stattfinden dürfen. Aber die Verantwortung dafür liegt eindeutig in Kiew. Und zwar vor allen Dingen deshalb, weil man ein Maß der Auseinandersetzung gefunden hat, das ja an das erinnert, wie Kriege zwischen verfeindeten Ländern geführt werden. Also insoweit ist zwar ein Prozess in der Ukraine abgelaufen, der wieder im Zusammenhang mit einer rechtmäßig zustande gekommenen Regierung gesehen werden muss. Das ist gar keine Frage, nur die ursprüngliche Handlung, wie sie von Kiew ausgegangen ist, ist doch durch die neue Regierung nicht ins Gegenteil verkehrt worden und man will den Dialog nicht. Herr Wimmer, aber die Kiewer Regierung war in ihrem Vorgehen nicht so alleine, sondern hatte bekanntlich massive Unterstützung aus dem Westen erhalten. Das ist richtig, Herr Scharokny, das ist auch meine Ansicht. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, wenn ich die deutsche Bundeskanzlerin in Interviews oder in Reden höre, wenn sie sagt, man müsse gegenüber der Russischen Föderation Sanktionen verhängen, weil Präsident Putin nicht den Einfluss auf die Separatisten ausübt, der erforderlich wäre, um zu einer Beilegung des Konfliktes zu kommen. Dann kann ich natürlich nur fragen, welchen Einfluss hat denn die Bundesregierung auf die Regierung in Kiew genommen oder die NATO auf die Regierung in Kiew genommen oder gar die Vereinigten Staaten auf ihre Freunde in Kiew, um die zu einer Mäßigung zu veranlassen. Es ist doch an Peinlichkeit nicht zu überbieten, dass die deutsche Bundesregierung gegenüber diesen Nazi-Umtrieben in Kiew nicht das Wort erhebt und sich das verbittet und auch mit einer Regierung jede Form der Zusammenarbeit einstellt, die sich intern auf Nazi-Bataillone in Zusammenhang mit der Nationalgarde stützt. Das macht deutlich, dass die Bundesregierung, die Staaten der Europäischen Union oder auch der NATO nicht mit dem Finger auf Russland zeigen dürfen. Sie müssen sich an die eigene Nase packen, was ihre Unterstützung einer Regierung in Kiew anbetrifft, die so mit dem eigenen Volk umgeht, wie ich es eben gesagt habe. Herr Wimmer, die Situation in der Ukraine ist so, wie sie ist. Wie stellt sich Putin die Zukunft dieses Landes vor? Ich glaube, dass er gestern eine sehr nüchterne und auch realistische Perspektive geäußert hat. Und ich habe ja eben schon darauf aufmerksam gemacht, dass er von einer prosperierenden oder wieder prosperierenden Ukraine spricht. Und da wird man natürlich sehen, wer ergreift welche konstruktiven Maßnahmen auch von den Nachbarn der Ukraine, um da hinzukommen. Also man wird das sehen müssen, wer vielleicht diese ausgestreckte Hand von Putin ergreift. Das ist das Erste. Das Zweite. Der russische Präsident hat deutlich gemacht, dass man eine Menge tun kann, um über das Finanzsystem die russische Föderation derzeit zu schädigen. Ist gar keine Frage. Er hat die Namen von Banken selbst genannt. Aber er hat eben auch deutlich gemacht, dass wenn man die russischen Banken zu Fall bringen will, man daran denken muss, dass vorher die Ukraine ins Chaos gestürzt wird. Und er hat deutlich gemacht, dass er daran kein Interesse hat. Die Europäische Union, jetzt lasse ich die Amerikaner mal draußen vor, weil die sowieso so vorgehen, wie sie es immer tun. Aber die Europäische Union muss sich fragen, ob sie jetzt zum Elend der Ukraine und zum Zusammenbruch der Ukraine den Beitrag leisten will, den der russische Präsident zugunsten der Ukraine vermeiden will. Also hier kommt ein enormer psychologischer Faktor ins Spiel. Und wir sind ja noch nicht durch den Winter. Sollen die Leute in der Ukraine erfrieren, bloß weil die Europäische Union die falsche Politik gegenüber Russland treibt? Vielen Dank, Herr Wimmer, für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank, Herr Scharucki, und alles Gute nach Teheran.